Hey, I take it, Nakata. Bin ich ehrlich mit Nakata? Let's go, man. Let's do it. Okay, it's okay, man. Come on, it's okay. Come on. I take it, man. Come on, I take it. Was ist das denn? Was ist das denn? Hä? Du spielst gegen CPU? Hä? Hä, lol, der steuert gar keinen Spieler. Oder sieht man das nur? Hä? Das ist ein Anzeigefehler, glaube ich, Chat. Wie soll ich denn gegen CPU spielen in der Weekend League? Drück mal Pause. Wenn nicht geht, wirst du bei Halbzeit gekickt. Ich werde bei der Halbzeit gekickt? Ich kann echt keine Pause drücken. Oha. Wie, da habe ich eine Niederlage jetzt, oder was? Da ist es Halbzeit schon, oder was? Die wollen mich verarschen. Schließt das Spiel, das zählt als Win? Das wird niemals als Win zählen. Ja. Alles klar, Digga. Also Sieg habe ich auf keinen Fall bekommen. Ja, ich habe Niederlage bekommen. Ja, er sieht sich, sag dir ganz ehrlich, noch besser hätte das aus. Oh mein Gott. Schläftig klippet. Bitte klippet. Schläftig klippet. Oh mein Gott. Ich habe Icon gezogen. Moments Maldini. Oh mein Gott. Moments Maldini. Liegt halt nicht mehr daran, weil die so schwer sind, oder so. Das ist einfach so, ich mache eine Aufgabe. Und dann ich mache erst mal 10 Stunden Pause. Das ist einfach so. irgendwas anständiges irgendwas anständiges brasilien grober zu carlos let's go super happy mit super 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 happy mit kleinigkeiten ich denke du dann fast oh mein gott wir waren noch nicht mal im 16 was habe ich denn jetzt gemacht was habe ich nicht ich habe eine spiele 20 meter vom tor entfernt gestellt was was hat was macht er denn da oh mein gott das weiß ich die hilfe ja genau hallo was ist das denn als einfach mal einfach mal drauf und kenne ist auf einmal schnellster spieler im spiel ich bin wirklich so sauer dass ich das spiel gleich ist denn sein der wenn ich nicht wüsste dass ich ein 24er mach okay raus oh oplack oh big high rating high rated krass digger come on guen die eh gönnt mindest noch zwei torts pliis wohoho was ist das denn digger ach du scheiße was ist das denn hilfe Ah, Freunde, 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 Freunde. Was ihr Mäuse? Ich bin ein Superheld. Das generiert bestimmt viele Follower. Jetzt spazieren? Nee, jetzt erstmal einkaufen. Ah, nee. Mann, ich habe schon wieder vergessen, dass heute Feiertag ist, Mann. Halbe Million ist der Wert, das ist nicht mal schlecht, Chat. Ist nicht mal Chat, Jungs. Habt ihr das gehört? Bruder, ey, was war das gerade? Dieser Renato Sanchez ist der overpoweredste ZM im ganzen Spiel, Digga. Wo ist der Sinn? Der Typ ist so eine Bratwurst in echt, Digga. Warum kriegt der jetzt immer so krasse Karten, Mann? Der ist so eine... Oh, die war noch richtig hart und voll, Alter. Oh, das ist ein Totz. Was? Kopfhörer auf und runterkommen. Achso, doch nicht. Ja, okay. Ich werde halt nicht ein WL-Spiel mehr machen. Na, am besten noch Rot, wa? Stark. Wie random! Was macht mein Günther da? Ich verstehe das alles nicht. Warum geht der da nicht hin? Warum? Was macht der da? Was ist seine Mission? Ich verstehe das nicht. Ey, was passiert? Digga, steh doch auf. Er guckt nicht aus, so ein Cheatcode. Er ist so ein Cheatcode. Er ist so ein Cheatcode. Bruder. Wie bist du so ruhig geworden? Findest du, ich bin ruhig geworden? Also in mir drin brodelt es schon noch oft. So, wartet. Frankreich? Nee! Oh. Von deinem Arsch, von deiner Mutter. Digga, da ist so ein Cheatcode. Ja! Nur in der Hand und so was kritisiert! Oh, das ist aber ein schönes Tor gewesen von Rashford, Digga. Guckt ihr mich mal an, bitte. Mit der bodenlosen Frisur Geh ich auf die Mutter, ne? Das ist bodenlos. Äh, ja, John Zwolle und Äh, im Schlafzimmer deiner Mom ist auch Tagslicht. Äh, deswegen Ja, da auch, aber zu Wirklich, 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 ich freue. Hä? Er ist sicher Knecht, wirklich. Scheiße. Die Molly, wir sind hier. Ja, ich hoffe, ichulo 3, meine Frau. Vielen Dank.